Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. Wir können es nicht glauben, wir haben noch mal einen Haiköder zusammengebracht. Wahnsinn! Das heißt, ich darf noch mal tauchen gehen. Ich hoffe, der beißt gleich an, der Haifischdödel. Und dann hoffe ich, dass wir noch ein bisschen Erz finden. Jawohl! Das wäre ganz schön. Schön und famos wäre das. Ich hoffe mal das Beste. Ja, Schrot wäre ich auch nicht abgeneigt. Nehme ich auch gern mit. Haben wir eh nichts mehr. Schrot wäre auch ganz nice. Soja. Aber bevorzugt natürlich Erze. Ganz besonders Metall. So. Jo. Ein bisschen was haben wir ja schon wieder geschafft, ne? Als du denkst, da kannst du ja endlos, also da kannst du wirklich unglaublich viel Zeit hier verbringen. Oh, oh. Jetzt sauf ich auch ab. Oh je. Schnell, 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 schnell. Wow. Das war knapp. Tatsächlich. Das war scheißlich ungut. Tja. Da haben wir noch ein bisschen Schrott. Auf Ton verzichte ich jetzt auch mal, dachte ich mir, weil ich da eher mehr schauen möchte, ob es hier Erz irgendwo gibt. Aber mich düngt, dass wir hier schon wieder zu brav und fleißig waren mit dem Schauen. Da ist noch was. Ui, Metall. Und hoch. Autsch. Ab und zu findet man ja noch was, ne? Wupp. Das ist eine sehr ergiebige Insel. Das gefällt mir. So. Schön schmelzi, schmelzi. Die können wir wieder später bunkern. Das können wir auch bunkern. Ja. Wo bist du? Da ist er. Zack. Oh. Zack. Ruhe ist hier. Ah, mir fehlt ein Blanken. Ja, Sapperlot. Ne. Tja, das reicht. Drei Blanken, mehr gibt's nicht. Ja, war klar, dass die eine Blanke zu viel ist. War so klar hier. Hä? War da was? Nein, dachte schon, jetzt hat er schon sowas auch angenagt. Das ist ein kleiner Nager, der Haifisch. Der nagt alles an, was Holz ist. Mal eine schnelle Runde laufen. Der Rest scheint in Ordnung zu sein. Aha, wir sind durchstieg. Gut, dann trinken wir halt was. Gut. Wär's das? Gut. Dann füllen wir unsere Flasche schnell auf. Und füllen schnell das Salzwasser nach. Geht schon. Dann tauchen wir noch mal eine Runde. Wobei ich schon wieder einen Fisch bräuchte, ne? Oje, oje. Jetzt wär's schon bald besser, wenn der Haifisch frecken würde. Gut. Das ist halt echt ein Nachteil mit der Batterie. Vielleicht gibt's irgendwann mal so eine Solarstation, dass man auch Batterien wieder aufladen kann. Das wär cool. So. Mir fehlt Sebrasse und oder Hering. Ah, hui. Das Hund geht eh schon. Da ist sie wurscht. So. Sebrasse Nummer 1. Sehr gut. Hering. Schau. Jetzt haben wir Glück. Das ist unglaublich, ist das. Unglaublich. So. Zack. Fertig. So. Da kannst du wieder mampfen, du Saufich. So. Bitteschön. Jetzt geht natürlich die Sonne unter, wie es sich gehört. Kannst du kommen. Da schau. Happy, happy. Da schau. Happy, happy. Nicht darüber. Da her. Lecker. Nom, nom, nom. Ja, fein. Ja, fein. Braves Haifischi. Meist du finster. Mei, du is so finster. Mei, das is so schier. Is ich do goa nix, weil do is finster. Tralala. Lalalala. Do is finster. Aber den Schrott sehe ich wenigstens. Das ist ja schon mal was. Ist aber eh schon die letzte Umrundung, würde ich meinen. Länger werde ich hier dann nicht mehr verweilen, weil so schön langsam gehen uns sowieso die Sachen aus. Was ist das jetzt? Stein? Stein. Da drinnen ist auch nur Stein, ne? Ja. Stein auf Stein. Dach wie fein. Oh, Luft. Wow. Total viel Luft vergessen. Pfui. Äh, Luft. Ich glaube, der Hai frisst noch, ne? Das heißt, wir hätten noch ein bisschen Zeit. Da wäre noch ein bisschen Schrott, das gefällt mir. So. Ah, ich glaube, jetzt kommt er. Jetzt, ah, da haben wir noch ein bisschen Erz. Na nü. Sehr gut. Ich habe mich durch das Gefühl, der Sauerstoff ist aus. Also die Flasche. Da wäre noch ein Erz gewesen. Boah, kriege ich das noch? Sterbe ich dann? Wahrscheinlich. Ja. Das war zu gierig. Wow. Glück gehabt. Geil. Glück gehabt. Das war jetzt wirklich nur reines Glück. So. Nein, ich übertreibe überhaupt nicht. M-m. M-m. Nein, nein. Das täuscht euch. So. So. Gut. So. Das Erzelein tun wir wieder verstauen. Eine Batterie für den Sensor da. Und die Uhr möchte ich auch bauen. Schrott und Bolzen. Und dann schrott und Bolzen. 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 Kunststoff und Blanken. Blanken. Und ich will mir einfach mal so zum Spaß jetzt eine Uhr bauen. so. So. Eine schöne Uhr. So. Die stellen wir. Bäh. Ah, das ist eine Standuhr. Okay. Könnte man meinen. Da würde sie gut herpassen, oder? Eine Pendeluhr. Sehr schön. Haben wir das auch schon. Ah, Laternchen hatten wir schon. Kalender hatten wir auch schon. Eine Ablage haben wir auch schon. Könnte ich aber auch mal wieder noch eine bauen. Das haben wir schon gebaut. Die Batterie. Da fehlt mir jetzt noch ein Kupferbarn. Kupfer, Kupferbarn. Hoppala. Einen zu haben wäre fein. So. Dann rauf. Halt. Das war zu weit. So. Zu nah am Empfänger. Nicht ver... Antenne 1. Da gibt es drei Antennen, die ich brauche. Aha. Okay. Ah ja, hier steht sie. Wir brauchen drei. Okay. Drei Antennen. Das heißt, was brauchen die da jetzt dann noch? Da vier. Leiter, bla bla und Bolzen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Ich soll mal abhauen. Oh, ich brauche blank. Blank. Ich fähl ich mit. Passt alles. So. Bolzen. Leiter, bla bla. Da brauchen wir jetzt wieder Kupferbarn und Klipper. Klipper habe ich jetzt noch welchen. Tatsächlich. Kupferbarn. Kann man schon eine herstellen. Ich glaube, wir haben Hunger. So. Dann haben wir schon mal Antenne Nummer 2. Na? Hammerschüssel mit. Ja. Das trifft sich gut. Die werden wir jetzt gleich wieder vollfüllen. Wälder, 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 wälder. So. Und die werden wir gleich essen. Na? So. Dann auch die Kartoffeln. Und da hauen wir gleich den... Warte. Was haben wir denn da noch für Welchen? Makrele? Lachs. Da haben wir wieder so einen Lachs auf dem Grill. Das passt genau. So, wie schauen wir da aus? Immer noch Federn und sonst nix. Da können wir schon wieder anbauen. So. Kmietsch. So, andere Seite. Zack. Ah ja, da war ja was. Das funktioniert ja gerade nicht, ne? Praktisch ist es schon, aber... Na jo. Ganz ehrlich. Also mit der Flasche ist man da besser dran. Wegen Batterie und so, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. So. So. Du hättest auch können oben bleiben. Ich hab bei dir oben auch schon was angepflanzt, du komisches Viech. So. 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 Und so. Passt. Jo. Soll mal abhauen? Oder soll ich mich noch mal trauen, einen Rundgang zu machen, zwecks Tauchen? Dann müsste ich noch mal einen Köder machen. Ach was, legen wir ab. Sicher. Legen wir ab. Passt. Wir haben ja recht viele Metalle bekommen. So. Hauen wir ab von hier. So. Weil jetzt gehen mir eh schon die Blanken und alles aus. Das glaube ich, rendiert sich schon, dass wir weiterziehen. So. So. Jetzt gibt's noch was für die Schmelze. So. Stein hau ich jetzt mal weg. So. Einmal Metall und einmal... Libra. So. Na nü. Ich glaub, der ist buggy. So. Gut. Das hätten wir jetzt auch. So. Was bauen wir jetzt als nächstes? Ist die Frage. Hoppala. Ich würd sagen, noch mehr Antennen, ne? Eine Antenne haben wir jetzt schon. Das heißt, ich brauch jetzt noch ein paar. Jetzt hab ich mal... Ach Gottchen. Viech. Ne? So. Schleich dich. So. Ähm. Reparieren, bitte. Danke. Was wollte ich jetzt sagen? Ich brauch Bolzen. Äh, Bolzen. Ich brauch Metall für einen Bolzen. Dann Schrott wollte ich grad schauen. Da hab ich jetzt gar nichts mehr, oder was? Doch hab ich. Hab ich genau vier. Dann kann ich nochmal so ein Ding ins Bauen. Und eine Leiterplatte. Da brauchte ich jetzt Kupfer. Hoppala. Da brauchte ich zwei Stück Kupfer. Na, würdest du? Und... Klipper. Da haben wir noch einen. So. Jetzt können wir das wieder tauschen. Und dann können wir jetzt hier die Antenne Nummer drei. Okay. So. Passt. Jetzt können wir wieder rauf gehen. Eine Antenne haben wir da. Wobei sie mir woanders, glaube ich, besser gefallen könnte. Würde, Täter. So. Eine, glaube ich, könnte ich hier hin platzieren. Und die dritte werden wir, glaube ich, da hin platzieren. So. Jetzt müssten alle drei... Wenn ich jetzt einschalte... Aha. Wir segeln direkt drauf hin. Okay. Okay. In der Richtung kommt dann was. Alles klar. Jetzt heißt es also nur noch warten. Ja. Das passt. Hä? Ah, da drüben. Das darf sie essen. Aber das scheint nicht das Rätsellösung zu sein. Ich weiß nicht, ob es ein Fisch sein muss. Ob sie uns ein Fisch essen würde. Hm. Keine Ahnung. Möchtest du? Könntest du den haben, wenn du willst. Hm. Nee. Scheint nicht zu passen. Hammer. Rübe habe ich keine. Nein. Gut. So. Gut. Dann können wir hier noch mehr Klipper machen. So. Blanke. Hier brauchen wir keine. Okay. Das können wir jetzt decken. Passt. Fisch. Dann würde ich sagen, wir könnten eigentlich einen Zahn zulegen, ne? Jetzt wäre das Segel schon besser hier hin zu platzieren, als wie da. In die Richtung. So. Schauen wir mal, ob die Richtung stimmt. Ja. Jetzt dürfte man es dann bald sehen. Jetzt bin ich gespannt, ob das jetzt ein, eine Insel ist. Ah, da sieht man schon was. Da kommt was. Ob es eine Insel ist oder ob es ein Floß ist. Aber ich glaube ein Floß, ne? Es wäre auch cool, so eine Bohrinsel zu finden. Da soll es Bohrinseln geben. Da findet man sicher geiles Zeug. Geiles, geiles Zeug. Oh, mein Essen ist fertig. Und? Nom. Nom. Passt. Dann hauen wir gleich den Nächsten. Heureka. Wo ist er denn? Du ekelhaftes Scheißviech. Unfassbar. Päh. So, das sollte man mal nachschauen. Ah, hier genau. Das sollte man auch machen. So. Hoppala. Falsche Richtung. Da war ich zu schnell. Halt. Halt. Insel. Insel. Sofort in die Richtung. Ja, ein bisschen noch in die Richtung. Und dann paddeln. Gehen wir mal voll Gas. Jetzt muss ich aber nachschauen noch, ob das tatsächlich ganz oben wäre was. Man sieht's. Komme ich hier rauf? Na. Muss ich wieder so einen Dach bauen? Schaut halt überhaupt nicht schön aus. Aber naja. Was soll's? Es ist zwecksmäßig. La 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 la. So, gleich ist das Battle hin. Da. Passt. Schnell nach hinten. Das ist ein bisschen umständlich mit dem Anker. Da war schon bald kein Mod 4 Anker zu haben. Auf jeder Seite ein. Ich seh gar nix. So, Battle, Battle. Seil und Planken. Immer dieselbe Laie. Echt. Wow. Pop. Zack, zack. Äh. Zack, zack. Zack. Passt. So. Ich hoffe, das klappt noch so. Ich battle jetzt zwar in mein Floss. Ich glaube, theoretisch funktioniert's. Ich stehe, glaube ich, schon an. Äh. Habe ich gewusst? So. Gut. So, da kann ich schon battle wie ein Depp. So. So. Gut. Ja. Wir sind angekommen. Hervorragend. Jetzt kann ich das eigentlich abmontieren. So. Halt. Äh. Ne. Na, würdest du jetzt raufklettern? Die Firma tankt. So. Jetzt hätte ich müssen eigentlich das ganze Floss drehen. Ist aber auch doof. Wie viele Planken habe ich? Gar keine. Okay. Schön. Dann werde ich mir jetzt schnell ein paar Planken, ein paar Planken, Planken holen. Dunder. Wie viele Planken habe ich? Jo. Fürs erste genug. Die tun wir mal weg. Das Seil tue ich weg. Den Stein schmeiße ich weg. Planken aufheben. Unbedingt. Punststoff. Bla, bla, bla. So. So. Da sind noch Planken drin. Da habe ich noch welche. Dann haben wir das noch weg für Planken. Planken, 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 Planken. Planken, Planken, Planken. Passt. So. Gut. Natürlich wird es wieder finster. Ganz logisch. So. Jetzt bin ich hier oben. Wenn ich jetzt hier... Ach, warte. Ich setze mal Ruhe hier. Und glaube ich. So. Will man einmal seine Ruhe haben? Geht nicht. So. So. Ich möchte jetzt gerne bauen. Also Ruhe. So. Gut. Ähm. Hm. Den Holzboden. Der müsste... Ah, da geht sie da nicht mehr. Aus. Wenn ich da jetzt darüber baue, wird es glaube ich nicht besser. Ist wurscht. Probieren wir es mal aus. Mit dem Dach. So. Heute kann. Okay, das ist ja ausgegangen. Gut. Das hätten wir mal. Aber hier rauf geht es glaube ich nicht, ne? Oder? Komme ich hoch? Wenn ich hüpfe? Nett wirklich, ne? Da gehe, habe ich kein Glück, glaube ich. Hm. Na komm. Mach. Hüüü. Hüü. Hüü. Gemein, dass man hier nicht so ohne weiteres... Ah, doch. Geht. Alles klar. Geht. Erbarscht. Alles fein. Geht sich aus. Gut. Okay. Dann nochmal runter. Ich wollte es nochmal testen. Ob es überhaupt möglich ist. So. Kann ich hier noch was? Nein. Ähm. Am, am, am. Part ist auch schwergleich zu Ende. Super. So. So. Kunststöpfchen. Kommt da rein. So. So. Der Klipper kommt nach Möglichkeit da rein. So. Dafür. Kommt das Seil weg. Das brauche ich noch alles. So. Seil kommt hier hin. Steine haben wir da. Kunststoff fange ich hier nochmal an. Planken kann man stecken. Gibt mich auch noch... Warte. Haben die hier noch Platz? Naja. Ein bisschen. Aus dem Rest mache ich Seile, glaube ich. So irgendwie. So. Jo. Falls ich sterbe. Reservidings. Passt. Wir sollten vorher noch essen und trinken. Unbedingt. Und dann werden wir im nächsten Part die Insel hier erkunden. So. Ich glaube, alles passt. Sehr gut, ihr Lieben. Da haben wir das auch irgendwie hingefirkelt. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi HOCHI'. Ciao.